Die 5 besten schwarzen Schlüsselanhänger Ich habe die Norea D's Lederhülle für meinen Apple AirTag Anhänger gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Leder ist von hoher Qualität und fühlt sich angenehm in der Hand an. Die gesamte Hülle schützt meinen AirTag vor Kratzern und Beschädigungen. Der Schlüsselring erleichtert das Anbringen an verschiedene Gegenstände. Das schwarze Design sieht sehr elegant aus und passt gut zu meinem Schlüsselbund. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde die Norea D's Lederhülle jedem empfehlen, der eine hochwertige Schutzhülle für seinen AirTag benötigt. Ich habe die Vintex 100x Schlüsselanhänger mit Etiketten gekauft und bin begeistert von der Qualität. Die Anhänger sind strapazierfähig und eignen sich perfekt für eine einfache Organisation im Büro oder auf Reisen. Die Farben sind schön und die Beschriftung der Etiketten geht einfach und schnell von der Hand. Ich kann diese Schlüsselanhänger nur weiterempfehlen für alle, die Wert auf Ordnung und Struktur legen. Ich habe diese 10 Stück Kunststoff-Schlüsselanhänger gekauft und bin sehr zufrieden mit ihnen. Sie sind leicht anzubringen und halten die Etiketten sicher an meinem Schlüsselbund. Ich nutze sie nicht nur für meine Schlüssel, sondern auch für meine Koffer und Pad-ID. Sie sind sehr nützlich und helfen mir, mein Leben organisiert und aufgeräumt zu halten. Ich empfehle dieses Produkt besonders für Büros und zu Hause, da es sehr praktisch ist und jederzeit verwendet werden kann. Werde auf jeden Fall wiederkommen, um weitere zu kaufen. Ich habe vor kurzem den Mumbi Unisex Schlüsselanhänger zum beschriften Schlüsselanhänger, 25er Pack, gekauft und bin sehr zufrieden damit. Diese Schlüsselanhänger sind sehr praktisch und leicht zu beschriften, was mir Zeit spart und eine Menge Unordnung vermeidet. Durch das 25er Pack ist es auch sehr wirtschaftlich, da ich genug für all meine Schlüssel habe. Die Qualität ist auch sehr gut und ich denke, dass sie eine lange Zeit halten werden. Ich würde diesen Schlüsselanhänger auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe kürzlich den Saison Schlüsselanhänger für meinen Autoschlüssel gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Leder fühlt sich hochwertig an und das Design ist schlicht und elegant. Der Edelstahl-Schlüsselring ist robust und hält meinen Schlüssel sicher befestigt. Der Anhänger eignet sich sowohl für Herren als auch für Damen und ist ein tolles Merchandising-Produkt für Auto- und Motorradliebhaber. Insgesamt ein toller Schlüsselanhänger, den ich gerne weiterempfehle. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.